Och, ey. Das sind wir. Das war die Corona-Liste. Wurde die nicht muted? Aber nicht beim letzten Mal. Das war das vorletzte Mal. Das vorletzte Mal habe ich noch ungeschnitten hochgeladen. Das letzte Mal nicht mehr. Wartet mal. Doch hier, Beschwerde wegen Urheberrecht. Aber hä? Nur dort, aber dort nicht? Okay, wait a second. Ich gucke mal im neunten Part von Stardew Valley ganz kurz, was da so steht an Musik. Aha, 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 aha. Irgendeine Lo-Fi-Playlist auf jeden Fall. Wait a second. Jetzt gucke ich. Hatten wir? Ja, nee, ich weiß, welche wir am Laufen hatten, die ich gerade eben am Laufen hatte. Die hier. Aber da ist jetzt irgendein Lied wieder urheberrechtsgeschützt. Aber nur auf, nur auf, äh, Dingens. Nur auf YouTube. Nicht hier auf, ähm, Dingens. Oder? Wird übertragen. Nee, ich, ich hab tatsächlich nur, uh, mein erster Stream ist übrigens abgelaufen. Ähm, ich hab nur ein Stream mit Urheberrechtsverletzung und das ist mir schon bekannt. Tatsache. Wir haben hier einen seltenen Fall von, was weiß ich was, aber, ähm, der neunte Part auf YouTube hat nur Urheberrechtsverletzung. Auf YouTube. Aber auf Twitch wurde nichts gemutet. Okay, kann mal passieren. Herzlichen Glückwunsch. So, ich sitze ein bisschen sehr weit weg. Ich komm mal ein bisschen ran auf den Meter, ne? Guten Tag. Guten Tag. Und ich schmatze mal schnell ins Mikrofon. Nein, natürlich nicht. Ich, ich hasse Schmerzgeräusche selber. Ach so, heiern alle auf YouTube, ne? Das geht nicht. Oh Gott, das will. Mhm. Hallo, Obitum. Du musst natürlich dann kommen, wenn ich grad anfange zu kauen, ne? Ist das dein Ernst? So. Es wird den ganzen Tag klauend sonnig sein. Mhm. Neutreige sind. Alles klar. Obitum erwarte heute nicht zu viel von mir. Ich bin ein bisschen scheiße drauf. Ähm. Und der Stream geht heute minimal eine Stunde. Danach weiß ich nicht weiter. Ähm. Weil, ja, das wird heute nur ein kurzer Stream. Ich bin nicht ganz auf der Höhe. Ich bin todesmüde, aber ich hatte so Bock auf Streamen. Dementsprechend, ja. Ist das hier jetzt zustande gekommen. Prost. Sorry, soll ich nochmal gehen und später wiederkommen? Aber definitiv nicht. Nein. Auf keinen Fall. Lass das. Ist das... Mann, kaum streame ich, seid ja wach. Ihr habt gerade so süß gepennt. Los. Leg dich wieder hin. Schlaf. Los. Schlaf. Schlaf, du Katze. Schlaf. Okay. Gut. Brot. Mhm. Genau. Okay. Brot weiß ich schon, wie man backt. Also, keine Sorge. Okay, dann bleib ich. Alles klar schon. Ah, da ist was gewachsen. Heute Nacht um 22 Uhr wird etwas Wunderschönes passieren. Die Mondlichtquallen werden am Pelikan vorbeischwimmen, um ihre lange Reise in den Winter zu beginnen. Wir versammeln uns alle am Strand, um ihnen zuzusehen. Du solltest das nicht verpassen. Man sieht sich heute Nacht. Demetrius. Okay. Neh mal. Finde ich aber echt gut, ne? Normalerweise schickt immer nur der, ähm, na wie hieß er? Der Bürgermeister Levis. Der schickt normalerweise immer nur Briefe. Und jetzt war es Demetrius. Finde ich super. Her damit. Her damit. Okay. Alles andere. Können wir eigentlich heute schon abreißen, weil morgen, äh, ist glaube ich schon, dingens. Ja, heute ist der 28. Wir haben morgen endlich Herbst. Das, das ist sehr gut. Das ist, das ist wundervoll. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich sehr herzlich an den Sommer, dass du endlich vorbei bist. So. Her mit den Batterien. Her mit den Batterien. Oh, wir brauchen noch Rüben. Ne, wa. Wait. Wait a second. Wait a second. Wait a second. Oh, Gott sei Dank. Die muss man im Herbst machen. Ah, ist gleich. Ähm, sechs Tage. Rote-Bete-Saat. Ah, rote-Bete-Saat. Darus kriegt man Rüben. Okay. Never mind. Wir brauchen ja zehn Rüben, die wir in den Kühlschrank des Bürgermeisters legen sollen. Okay. Fragt mich nicht, warum, aber ja, wir müssen das in den Kühlschrank legen vom Bürgermeister. Liebe Frau Aki, Sie vergessen schon wieder das Trinken. Alles Klärchen. Dann trinke ich halt. Ah, ich wollte heute mal was probieren. Ob es schöner aussieht, wenn ich das Kissen von meinem Dingens weg mache. Ob das nicht ganz so, ähm, komisch aussieht. Wisst ihr, weil ich finde das ein bisschen gruselig, wie klein ich im Gegensatz zu dem Stuhl bin. Und ich mag es jetzt schon irgendwie mehr. Na, ne, doch nicht. Ich glaube, man hat gerade gesehen, wie unwohl ich nach hinten gegangen bin. Alter, oh mein Gott. Pia! Oh mein Gott, hallo! Es sind so viele tolle Menschen bei mir im Chat. Oh mein Gott, ich komme damit gar nicht zurecht. Hier sind so viele tolle Menschen in meinem Chat. Hm, ähm, äh. Okay, never mind. Wait a second. Machen wir das mal so. Hallo, Gockel. Uh. Uh. Oh mein Gott, irgendeines davon müssen wir, glaube ich, spenden. Wartet. Ich gucke. Ne, haben wir... Oh Mann! Stimmt, wir brauchen hier eine Ente. Oh. Wir brauchen eine Ente. Ach ja. Stimmt, ja. Mu. Du würdest doch klein sein, Aki. Aber nicht so klein, dass selbst mein Stuhl 10 Meter wirkt und ich nur... Keine Ahnung. 2,50 Meter. Was? Das hat keinen Sinn ergeben. 70 Zentimeter so rum. Meine Güte, ich bin heute echt nicht auf der Höhe. Bitte. Das... Das muss aufhören. Das ist... Bitte macht das einen Clip. Und nennt ihn die Dummheit von Aki. Ähm... Ganz viele tolle Menschen und ich. Hm, genau. Ja. Alle sind doch auf ihre eigene Art. Ja, das ist wahr. Achso, warte. Du meinst das aus deiner Sicht, Orbitum. Nein. Ganz viele tolle Menschen und hier. Ich. Hi. Hi. So. Wenn das jetzt keine 10.000... Gold ergibt, dann weiß ich auch nicht. Ist das ein goldener Stern oder ein Silber? Das ist ein goldener Stern. Müssen wir den spinnen? Qualität. Ja. Wir brauchen... Oh nein. Wir brauchen noch einen. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, der... Der Mais bleibt, glaube ich, auch im... Hm. I don't know. Machen wir schon. Äh, ich auch nicht mehr. Hatte heute endlich ein Gespräch mit meinem Abteilungsleiter und meiner Ausbilderin. War für eine Stunde angesetzt. Hat zwei gedauert. Alter. Hat zwar eine Stunde gedauert. Äh. War für eine Stunde angesetzt. Hat zwei gedauert. Ist wie sich das gerade angehört hat? Das hat sich angehört. Nach... Ich hab da richtig die Meinung geguckt. So hat sich das angehört. Und falls ja, bin ich sehr stolz auf dich. Oh Mann, oh Mann. Oh, bist du süß? Oh, wartet mal ganz kurz. Ich muss euch... Ich... Ich muss euch davon ein Foto machen. Es ist halt... Es ist so niedlich, wenn die eigene Katze dort liegt. Wie so eine Wurst. Kann man das sehen? Es fokussiert nicht. Fokussier mein Handy, du Idiot. Ja, okay. Es fokussiert nicht. Ich schick's in die Katzen-Ecke in meinem Discord. Nach dem Stream. So. Hauptsache, jemand hat der... Die Meinung geguckt. Meine Abteilungsleiterin hat ihr die Meinung geguckt. Uuuuh. Ich saß daneben und habe sauf wenig gesagt. Aber wenigstens wurde ihr die Meinung geguckt. Ohne Mist. Wenigstens etwas. So. Ähm. Ich möchte... Vor allem... Erstmal zu... Hayley. Hayley, Schatz, die Pupsi. Na? Du süße... Maus. Okay. Wo zur Hölle ist Hayley? Hä? Bin am Handy deswegen im Lurk. Das ist vollkommen okay. Hey. Das ist vollkommen okay. Find's allerdings super, dass du dich heute überhaupt hier gemeldet hast. Das ist total toll. Danke. Hi, na? Sag mal, pflanzt du Blaubeeren auf deinem Hof an? Ich liebe frisch gepflückte Blaubeeren. Das sagst du mir früh. Würdest du ein Ei? Das ist ziemlich nett von dir. Danke. Cool. Er hat sich auf jeden Fall schon mal gefreut. Ähm... Shane und Sam. Mhm. Mhm. Alter. Okay. Wir haben es aber so mit Herzen. Also das läuft. Das läuft. Hayley. Hayley. Nö. Nein. I-i. Well, what the fuck. Okay, vielleicht ist... Strand? Strand? Wirklich? Sicher Strand? Ich hätte jetzt oben beim Brunnen getippt, aber okay. Nee, warte. Stimmt, wir haben Sommer nicht, Frühling. Da war ja was. Okay. Ja, stimmt. Hast recht. Obwohl, jetzt geht er da hin. Jetzt könnte sie auch beim Dingens sein, beim Eisstand. Nee, noch ist sie beim Strand. Okay, sie könnte mir dann entgegenkommen. Weil sie geht jetzt eigentlich dann zum Eisstand. Bei Alex zu sein. Oh mein Gott. Stimmt, da war ja was. Meine Güte. Hi. Was sollte ich an so einem warmen, faulen Tag tun? Irgendwelche Ideen? Nein. Kenn ich deine Hobbys? Nein. Klar, und sie darf da hinten. Genau, ist klar. Puh. Dann warte ich hier auf meine süße kleine Hayley. Ich kann mich ja mittlerweile hinsetzen. So, Leute. Gibt's was Neues? Na? Und? Wie geht's euch so? Na? Wie geht's? Na? Okay. Ich rufe alle meinen Abteilungsleiter. Einfach auf meiner Seite. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Am Ende hat's fokussiert. Ah, okay. Upsi. Zeig uns Katzen. Katzen sind toll. Ursache, jemand hat die... Da ist sie doch. Aki, wie du immer über Hayley redest. Hayley ist süß. Hayley ist toll. Na? Oh, das mag ich am liebsten. Sehr schön. Ich hab letzte Nacht ein wenig mit meiner Schwester geredet. Das war so richtig lustig. So. Hatten wir eben nicht noch ein Herz weniger? Warte mal. Das Acht-Herzen-Event. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ich sag's euch. Am Ende dieses Streams sind wir mit Hayley verheiratet, Alter. Ich sag's euch. Ähm. Zwischen 10 und 16 Uhr. Wir haben 14. Renn! Hallo. Ja. Ach so. Okay. Das waren Alex Gerüche. Alles gleiche. Heiner. Wenn du einen Heißluftballon über dem Meer siehst, ist es gerade Hochsaison des Sommers. Alles gleiche. Dann, weißt du, wo ich immer Heißluftballons sehe? Hinterm Haus. Äh. Sorry. Hinterm Haus. Oder vorne im Dorf. Und die fliegen hier so nah an unserem Haus vorbei. Das ist der Hammer. Oh. Ahki. Der blickt gerade. Das Licht ist gerade besonders schön. Ich musste einfach noch draußen ein paar Bilder schießen. No. Ich wäre gerne mehr im Einklang mit der Natur. Ich will wissen, wie das Leben als Bauer so ist. Über diese Lebensweise habe ich noch nie so wirklich nachgedacht. Zumindest bis jetzt. Oh nein, sie wird rot. Wie süß ist das denn? Meine Katze hat mich gerade, wenn ich so gequietscht habe, verschreckt angeguckt. Und jetzt pinnt sie einfach weiter. Oh, diese Kühe sind so niedlich. Hey, ich habe eine Idee. Lass uns ein paar Fotos mit den Kühen machen. Du kannst mir zeigen, wie man sich einer nähert. Weiß ich das selber? Ich stelle den Timer ein. Ja, weiß ich übrigens. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Okay, es geht alleine weiter. Och, das ist so süß. Okay. Sie reitet eine Kuh. Äh. Darüber möchte ich nichts sagen. Können wir darüber reden? Bitte? Okay, gut. Das ist wunderschön. Sie lacht immerhin. Das war lustig, Aki. Und diese Fotos sind super. Ich werde jetzt nach Hause gehen und duschen. Bitte. Bitte geduschen. So. Schön. Hat die Kuh sie wirklich im Dreck geschmissen? Wie geil. Okay. Okay, das ist echt toll. Das war echt toll. Aber hey. Hey, wir haben jetzt acht Herzen mit ihr. Okay, ich finde das total toll. Einfach fragen darf ich mit unter die Dusche. Ja, Mann. Let's go. Ich dachte, du hasst sie. Jetzt mag ich sie. Am Anfang hasst man sie allerdings wirklich. So, jetzt werde ich weiter Haare färben. Viel Erfolg und viel Spaß. Okay, wie du mich einfach die ganze Zeit nicht begrüßt hast. Hi. Hi, Enes. Na? Es ist halt immer so Standard, dass du da bist. Es tut mir leid. In jedem meiner Streams bist du dabei. Also. Wir kommen zurück. Wohl eher. Also in Zeppelinenheim sieht man die nie. Zeppelinenheim? Was? Was? Aber Heißluftballon sind doch Heißluftballon. Und Zeppelinen sind Zeppelinen. Ich habe übrigens... Oh, ich habe letztes Jahr, so Mitte, Ende letztes Jahr tatsächlich das erste Mal in Zeppelinen gesehen. In Frankfurt. Da fliegt einer die ganze Zeit. Aber nur halt so Frühling, Sommer, Herbst, also im Winter gar nicht. Aber ich habe einen Zeppelinen gesehen und das war einer meiner absoluten Wünsche in meinem Leben. Also dementsprechend bin ich sehr, sehr glücklich darüber. Auch wenn ich ihn nur ganz klein oben am Himmel gesehen habe. Und nicht von nahem. Ich liebe Zeppelins. Ich weiß nicht, warum. Ich finde die so geil. Ich finde die einfach toll. Oder halt auch Luftschiffe genannt. Okay. Oh, Frieda, leg dich wieder hin wie ein Toastbrot. Bitte. Äh, wie eine Wurst, so. Obwohl wie ein Toastbrot liegen kann sie übrigens auch. Sehr, sehr gut. Der hat dann immer ihre Beine so ganz, ganz komisch an sich. Also, nee, nicht wie so eine Katze so, sondern ganz komisch so. Und dann ist sie wie in so einem Viereck und dann sieht die halt einfach aus wie so ein Toast. Ich wollte gerade in dem Müll wühlen. Kannst du bitte schneller weggehen. Sie ist hinter der Hauswand. Sie durfte mich nicht... Okay. Ich habe daran schon gewöhnt. Alles klar. Dann solltest du in Zeppelin-Heim wohnen. Da gibt es auch ein Zeppelin-Museum. Geil. Toastbrot und Wurst, okay. Ich mache demnächst einfach mal ein Foto, wenn die da liegt, wie so ein Toastbrot. Und dann zeige ich euch das. Ohne Mist. Per Discord. Ich schicke es dann in Discord rein. Obwohl, ich glaube, ich habe sogar ein Bild davon. Ich weiß nicht, was ich tun soll, bis es Herbst ist. La 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 la. Hi. Na, hier sind noch die ganzen Sommersachen. Aber wir können mal ein paar Gras bündeln. So. Aha. Sommer oder Herbst. Die wachsen auch im Herbst, okay. Wachsen auch im Herbst. Wächst im Sommer. 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 Herbst. Aber nö. Okay, never mind. Wenigstens haben wir mal ein bisschen Gras gekauft. Also Grasbüschel, ne? Nicht das andere, was ihr so denkt. Ja, Katzenbilder. Katzenbilder sind immer super. Ist die Musik so leise oder aus? Sag doch, dass die leise ist, meine Güte. Ich höre die die ganze Zeit so wunderschön im Hintergrund. Die hört sich anscheinend gar nicht. Da, bitteschön. Das ist schon seit 27 Minuten, Alter. Und ich bin saumüde. Bah. Wenn Rani auf Frieda liegt, Toastbrot mit Wurst. Ne, Rani liegt weder wie ein Toastbrot noch wie eine Wurst. Es ist immer nur Frieda, die so liegt. Besser trinken. Er hasst mich. Ich kann mir das echt nur so vorstellen, dass ihr mich hasst. Dass ihr mich einfach abgrundtief hasst. Und deswegen die ganze Zeit trinken postet. Die ganze Zeit. Es muss sehr tiefsitzender Hass von euch sein. So. 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 Den Pia sich aus, wenn du Ausrufezeichen trinken machst. Aki, wir hassen dich nicht. Ne, änderst du nicht, aber... Hier. Obitum und Light. Es tut mir leid, aber ich muss... Minimal laser machen. Dankeschön. Das war ein bisschen zu viel. Ähm. Wir können nochmal wieder hier reingehen. Oh, hell yeah. Brauchen wir den roten noch? Um wieviel Uhr fängt das, äh, Quallengedöns nochmal an? Weiß das jemand? Kann das jemand zufälligerweise mal ganz kurz sagen? Okay, hier glaube ich ja weniger. Hetzrum auch nicht. Was brauche ich hier noch? Ah, okay. Nee, es war der Lila, ne? Das heißt, erstmals, dass ich den Trinken-Command benutzt habe. Weißt du was? Irgendwann postest du wirklich hier so Trinken mit 10.000 Ends rein, ne? Und ich hab mir einfach aus Spaß gedacht, okay, weißt du was? Machen wir den Trinken-Command wirklich so, dass der auch darauf reagiert. Da siehst du, was du davon hast. Nämlich übelste Beleidigungen von mir. Und puren Hass. Tiefsitzenden Hass. Der kommt von ganz, ganz tief innen. Der kommt von ganz, ganz tief innen.